Hey, schön, dass ihr hier dabei seid. Ich bin Eroschieva und spiele zusammen mit Zimt und Zucker und Fletcher. Freitag ist ein bisschen schön. Und allen anderen, die es noch so auf der Welt gibt. Und ich habe Freitag und Reizziefe gesagt. So ein Schmarrn. Es wird richtig funny heute. Ja, die war gar nicht mehr auf. Pups. Eieieieiei. Es kann was werden. Das ist ungefähr die Zusammenfassung von unseren Let's Plays zusammen. Ja, ich glaube auch. Ja, wenn man sie alle gleichzeitig hört. Nein, einfach so, wenn wir spielen, geht es auch immer nur so. Oh Gott, ja. Also wenn noch ein Vierter dabei wäre, wäre Feierabend. Dann wäre totales Chaos gerade, glaube ich. Das kannst du knicken. Dann drück mal auf Quickplay. Guck. Habt ihr gehört? Was? Was? Ja, genau. Ich habe gleichzeitig gesagt, man reißt sich die Sätze einfach an den Nagel. Und gleichzeitig schiebt sie, äh, Schieva. Ja, dann lass uns anfangen. Ja, ich habe gesagt, du sollst auf Quickplay drücken. Ja, aber währenddessen habe ich geredet. Ja, fang doch hin. Irgendjemand redet ja immer. Und ich dachte, wir wollten spielen. Wollen wir es mal so probieren, dass wir den anderen ausreben lassen? Also nur mal probieren. Das Experiment startet ab jetzt. Okay. Verkackt. Ich weiß nicht, ob ich bei dir, bei Fletcher oder bei Zim schauen soll. Ich sag nur verkackt. Okay. Gleichzeitig. Das ist wie dieses Zahlenspiel, wenn Leute im Raum sitzen und einer sagt 1 und man zählt dann so hoch, bis jemand gleichzeitig dieselbe Zahl sagt. Und dann müssen sie von vorne anfangen. Ich glaube, das haben wir, ähm, du musst nur bis 20 zählen oder so. Aha. Das Spiel schaffst du einfach nicht. Ja, das ist schwierig. Obwohl. Ähm, Diabetesblume. Du kannst einfach bei uns allen drei zuschauen, zwei davon muten und halt den Ton dann nur von einem haben. Das geht auch. Ja. Oder du kannst die anderen Moderationen die ganze Zeit haben. Wie eben. Da kommt es wirklich durcheinander, ja. Okay, das. Check it on, 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 check it on. Jetzt das fährt, jetzt das fährt, check it on, check it on. Nee. Ach schade, das fährt aufs zwei Bein, das ist so witzig. Kamil, du, ich schau nur bei Laura. Das war der Einzige. I was just asking because I'm from the United States. Oh, cool. Äh, die ist abgeschmiert, wir müssen noch mal raus. Oh, ne, Lezote, hallo. Wer ist abgeschmiert? Ja, mein Spiel. Noo. Sollen wir rausgehen noch mal? Ja, könnte noch mal rausgehen. Wäre gut, oder? Ja, sonst spielen wir unnötig. Ach so. Nein, nur mal machen. Mensch, das geht ja gut los, ne? Von der Moderation an Moderation bis zum... Naja. Der fliegt raus. Und ich beende aus Versehen das komplette Spiel. Und ich muss meinen Stream neu starten, ganz kurz. Hui. Läuft bei euch. Läuft voll. Ja, läuft richtig geil heute, ja. Ich hab auch so den... Was? Ne, warte mal. Ne, egal. Seltsam gerade mit meinem... Aber ich bin auch, glaube ich, echt gerade ein bisschen aufgedreht, weil ich den ganzen Tag nur gearbeitet habe. Ah, das ist schon wieder so laut. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Und ich einfach überhaupt keine Nerven mehr hab. Ich bin so froh, wenn ich am Freitag dann die Prüfung hinter mir hab. Ja, Zeit wird's, ne? Ja, es kommen noch vier insgesamt, aber... Die ist halt die, für die ich gerade heute die Ausarbeitung jetzt noch fertig, also fast fertig geschrieben hab, muss ich nachher noch fertig machen und... Ja, und dann ist es erstmal mit Schreiben wenigstens fertig, dann muss ich nichts mehr. Die ganze Facharbeit, Praktikumsberichte, jetzt Ausarbeitung für die praktische Prüfung, ich mag nicht mehr. Das wird sich noch 1.000 Jahre Spaß an. So insgesamt irgendwie 200 Seiten geschrieben, ich mag echt nicht mehr. 4.000 Jahre Spaß. 4.000 Jahre Spaß, Punkt. Jetzt versuchen nachzujoinen. Ja, kannst du gerne machen. Ihr müsstet mich einladen. Ich warte auch noch. Ja, mein Spiegel auch noch. Soll ich euch? Ja, könntest du auch mal machen. Ja, mach. Obwohl, ich trau mich nicht. Du traust dich nicht? Dann mach ich's. Nein, ich lade schon gerade ein. Okay. Du hast dich getraut. Vanilletorte, magst du mitspielen? Dann lade ich dich einfach mal ein. Oh ja. Ach, Vanilletorte, das war letztens auch gut. Ich hab's nicht mal gecheckt, dass ihr geschrieben habt. Ja, als weißt du wer, ne? Ja, jetzt weiß ich's. Aber ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Ich war in einer ganz anderen Welt wieder irgendwie. Wie immer halt. Wir wissen das. Wie immer halt. Ihr schreibt alle, wisst voll, worum es geht und ich bin wieder ganz woanders. Ich schweb's mir halt zwischen irgendwelchen Bähnen. Ach ja. Sehr schön. Seid ihr da? Nee. Ich bin da. Vielleicht schon noch nicht. Also jetzt kreate ich schon wieder eine Party. Nee, Vanilletorte ist da. Vanilletorte ist da. Aber kein Fletschi. Ich hab keine Einladung bekommen. Brauchen wir gerade noch Einladung. Und schon wieder. Ach, und... Oh, das wurde mir komischerweise gar nicht angezeigt. Firo, vielen Dank für deinen Follow. Dankeschön. Komisch, wieso ist das nicht aufgeploppt? Dankeschön für deinen Follow. Oder hab ich's nicht mitbekommen? Also für Shivas Follow. Oh. Bedankst du dich gerade bei Shivas Follower, dass sie sie followen? Ja, voll lieb. Wenn ich schon keine neuen dazu bekommen habe, freue ich mich wenigstens für alle. Spielst du mit jemand anderem? Nee, nee, ich spiel ganz alleine gerade. Ja. Ach, guck mal, der ist auch bei mir. Das geht. Fletcher schreibt man aber nicht mit 5 A's. Flatscher. Flatscher. Nee, Flet... Oh Gott. Vladimir. So, jetzt aber. Vichitaeble. Du, ich bin Radhi. Ich hoffe, ich bin... Ich bin Radikale. Ich bin Radikale. Bist du leise, warte mal. Ah, ich weiß auch, woran das liegt. Hast du mich stummgeschritten? Ich hoffe, ich bin nicht zu oft gedreht. Als erstes Versuri Fletcher zu töten, sehr guter Plan, liebe Vanilletorte, sehr guter Plan. Vanilletorte? Ich bin nicht mal einer der Bösen bis jetzt. Du musst sterben, du musst immer sterben. Vanilletorte, du bist doch nicht mal der, 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 der Jason, oder? Egal. Egal, einfach töten, Fletcher. Töten, Fletcher. Erstmal Fletcher töten. Nein, wir müssen versuchen, ein Team zu sein. Ja, Team. Und in Team zu sein. Ja. Team FTW. Und gleichzeitig noch. Gleichzeitig noch in Team zu sein. Ja, bitte. Habe ich mir schon immer gewünscht mit euch. Bitte. Packer Nack. Bitte. Mal schauen, wie schnell ich das jetzt schaffe, von aufgedreht zu ängstlich. Oder ob ich einfach aufgedreht bleibe. Ja, also die ersten zwei Spiele, Fletcher, du weißt es, ich habe mich nur erschreckt und bin nicht mehr aus dem Schrank gekommen und ich habe nur Angst gehabt. So, ich habe ein bisschen die Mädels leiser gemacht, weil ich habe noch von der E3 das lauter geschaltet. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser, weil die Mädels waren lauter geschaltet. Ja, komisch. Ich war nicht leise, die Mädels waren laut. Welche Mädels? Hättest du gerne. Aber ich höre dich ja auch jetzt lauter. Nein, im Screen. Oh nein, John ist nicht da. Ah, es ist laut. Ah, ja. Wir fliegen auch die Goren gerade weg wieder. Ja, ähm. Perfekt, guck, jetzt läuft es. Die Mädels waren zu laut. Oh nein, ähm, Leute, ich bin, ich bin beim Lagerfeuer, bei den Felsen. Ich habe außerdem, ich habe außerdem. U4N85 ist der Killer. Bei mir ist irgendwie künktisch, ne? Ich sehe gar nichts, der Bildschirm war. Ich habe das Spiel schon wieder abgeschmiert. Nein, nein, nein. Ja, spielt zu Ende. Ich gucke nicht so lange. Äh, vielen Dank für deinen Follow. Ich kann gerade nicht gucken. Oh Gott. Ich muss schnell in den Schrank. Ich muss mal ganz kurz das Spiel auf Federüberprüfen. Nein, er hat mich schon. Nein, Shiva. Oh, dann könnt ihr gleich wieder rauskommen. Der war genau neben mir. Dann bleibe ich jetzt hier in dem Zelt. Nein, ich bleibe nicht. Na, das war ja lustig. Ich glaube, das neue Update tat dem Spiel nicht gut bei mir, ehrlich. Na, das war ja jetzt lustig. Ich bin tot. Na, echt? Der ist einfach neben mir schon am Anfang gewesen. Aber du kannst immer noch Tommy Jarvis werden. Ja, dann ruf den mal bitte. Wohin denn? So, jetzt kann ich mal gucken, wer mich gerade gefollowt hat. Tommy Jarvis. Bei mir geht's. Ja, bei mir nicht. Vanilletorte, los. Du schaffst das. Ich schau jetzt Vanilletorte zu. Ich glaube, ich kann sogar rejoin. Ich glaube, ich habe Tommy reingetan. Echt? Ich renne jetzt einfach mal durch die Gegend. Wieso ruckelt denn das bei mir im Stream? Oh, ja, ich komme zurück, Baby. Das ist Tommy Jarvis. Ja, ich bin Tommy Schrotflinte Jarvis. Ich muss erst mal ein Test-Spiel machen, Leute. Bei mir gibt es jetzt nur einfach einen Einzel-Stream. Bist du rausgeklogen? Das war eigentlich schon seit 50 Minuten. Guten Morgen, Shiva. Ach so. Oh, ich schlage erst mal das Fenster. Time is strange. Steckt dein Kopf wieder in den Wolken, Shiva. Ja. Wieso komme ich hier nicht hoch? Wie geht das nochmal? Ich kann nicht so viel auf einmal, Fletcher. Kaugummi kauen über die Straße gehen, das reicht. Ja, das ist schon zu viel. Ich habe auch keine Ahnung. Ich sehe es gerade, ehrlich gesagt. Es ist nur im Stream so. Im normalen Spiel geht es total. Vielleicht ist es dann eine Mädel. Tim, wo bist du? Weiß ich nicht, in irgendeinem Haus. Reden auch die anderen, weil ich höre nur dich. Oh, das ist ja blöd. Ja, die anderen reden auch. Chaos-Stream. Hashtag. Ich starte mal kurz den Stream neu. Käse. Mal kurz in das Klohöschen hier begeben und dann kann ich die anderen einschalten. Komisch, wieso hörst du die nicht? Das ist ja voll komisch. Aber hörst du den Spielton? Weil das müsste ja gleichzeitig übertragen werden. Überbedingt. So, ich gehe mal kurz hier ins Zelt. Ist ja immer so. Ja, sag ich auch. Higgins Ivans. 84. Da war ich noch gar nicht geboren. So, ich muss mich jetzt echt mal konzentrieren. Oh, der Sackmann kommt. I'm real fan. Bitte, lass sie sich abstützen. Bitte, lass sie sich abstützen. Oh, ich kann spielen. Oh, sexuell. Ah, okay. So, hörst du jetzt die anderen? Hm. Ihr anderen sagt mal. Ah, okay. Hallo, wie geht's dir? Wie geht's? So, ich spiel mal weiter und ihr dürft mir, dürft mir, könnt mir bitte sagen, ob's jetzt passt. Aber der Nox One sagt, Milch sind schuld. Warum? Weil ihr, weil's bei mir nicht funktionieren. Oh, ich bin ja bescheuert. Das mach ich doch nicht. Oh. Erst mal auf Battleground machen. Ja, alles looten, was geht. Oh Mann, wieso ruckelt denn das immer so? Also, bei mir ruckelt nix. Wieso ruckelt das bei euch? Nee, bei mir ruckelt's nicht. Bei mir stürzt's gleich ab. Bei mir ist, wenn ich streame und gleichzeitig aufnehme, ruckelt's manchmal. Ach so. Jetzt ist's wieder abgestürzt, oder? Echt jetzt? Wegen der Belastung? Irgendwie rastet gerade mein kompletter Stream ab. Ja, er raut. Vanille Torte! Hey, hey! Bleiben wir zusammen. Hey, ja! Oh Gott, er ist da, er ist da, er ist da. So, wir schaffen das. Okay, wir machen das Auto hier flotzimt. Wir sind beim Auto. Ja. Okay, ich versuch mal raus zu gammeln. Rastet gerne. Hört ihr jetzt die anderen? Firo, hörst du die anderen? Ich flüße gerade mein fucking Steam. Ich raste aus. Ich krieg hier eine Bootperücke. Raste aus. Okay, ey, ich musste mal ganz kurz... Da ist eine Pistole, äh, Vanille. Hör mal kurz auf mit dem Aufnehmen und streamen mal nur und schau, ob das besser ist. Tut mir leid noch. Vanille, komm mal hierher. Hier ist eine Waffe für dich, eine Pistole. Hier, guck mal auf dem Tisch. Und ich krieg das Kotzen. Vanille, wieso hörst du mir nicht zu? Ach so, weil das ja später kommt. Also, bei mir geht nur Streamen oder nur Aufnehmen. Ich versuch jetzt mal einen Fenster-Modus, das Spiel zu spielen. Wie war das mit dem... Ja, teilweise geht das nicht. Es kommt halt auf dem PC an. Oh, shit, der ist ja ganz nah. Wow. Hey, schüttel ihm doch die Hand. Schüttel deinen Speck. Ja, Lama, das ist echt, wenn ich aufnehmen und streame gleichzeitig. Das packt mein PC manchmal irgendwie nicht bei manchen Spielen. Deshalb streame ich jetzt erstmal nur und später nehme ich noch eine Folge auf und beende den Stream. Oh, ich habe ein neues Inventar. Toll, wow, krass. Schüttel mir die Hand. Wir brauchen Benzin. Wo ist ein Schlüssel beim Auto? Also, ich grafe hier gerade alles ab. Ich habe ein Steam-Overlay. Beim Auto, okay. Weiß ich Bescheid. Bei den umliegenden Häusern schaue ich mich gerade um, ob ich was finde. Ah, ich sehe das Haupt- Ich habe Gas. Also, ne? Okay, Firo sagt mir gerade, er hört gar nichts. Das ist ja komisch. Nur mich. Wie, wie? Weder im Spiel noch euch. Du hast Benzin? Das ist schön. Das ist schwul? Oh ja, Bastaas, er macht das mal lieber. Also, ich würde sagen, wir spielen diese eine Runde und dann gucke ich für den Stream mal, wie ich das hinbekomme, dass ihr die anderen auch hört, ja? Ja, ich muss es dann auch machen. Das ist schwierig, das jetzt nebenbei zu machen, wenn es hier gerade so brenzlig ist. Okay. Technische Schwierigkeiten hier. Und ich bin immer noch krank. Ich hoffe, man hört es gar nicht so. Kann ich jetzt ins Auto? Ich verschwinde jetzt. Ach, ne, wir brauchen noch... Du kannst nicht ins Auto. Oh shit, oh shit, oh... Oh, der ist so nah bei mir. Das gefällt mir nicht. Scheiße, der kommt. Ich will jetzt nicht sterben. Jetzt ist der auf einmal vor mir. Ne, der ist bei mir, glaube ich. Das ist ja noch eine Trap. Ach, ficken. It's a trap. Wow. Ach, ficken. Selbst mein Browser hat er einfach mal ins Jenseits geschossen. Holy Jesus. Ähm, okay, mein Kopf wird gerade zermanscht. Wie fühlt es sich an? Oh shit, wirklich? Ja, voll geil. Echt? Bist du ein kleiner Sadist? Der steht da voll drauf. Hey, wo ist denn jetzt eigentlich die Vanilletorte? Ah, geil. Ich war super, ja, ich weiß. Oh, der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. Ich kann nur laufen. Das nervt mich gerade voll. Damit sie fliegen können. Oh, Vanilletorte. Du siehst aber hot aus. Ja, wo ist sie denn? Ich weiß es nicht. Tut mir leid. So, die Mädels sind wieder zu laut gewesen. Schweinerei. Oh je, du brauchst noch Reparaturzeugs, ne? Vanilletorte. Krasser Wrestling-Move. Krasser Abschlacht-Move. Ah, wer läuft denn da auf mich zu? Die Vanilletorte, maybe? Vielleicht. Ne, irgendwas Russisches. Irgendwas Russisches. Wodka. Irgendwas Russisches. Nee, 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 Vanilletorte, nimm das andere Auto, weil das andere habe ich schon vollgeladen mit Benzin eigentlich. Das gibt's nicht. Das blaue. Ja. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Hau ab, Vanilletorte, solange du noch kannst. Leckerste. Ich werd' den nicht los. Der ist die ganze Zeit in meiner Nähe. Der umkreist mich hier, der Arsch. Marco Fazzi. Wie so'n Wesen? Ich warte jetzt auf die Bozilei, äh, Bozilei. Geht nicht. Polizei. Bozilei. Eiskaffee, Eiskaffee, Eiskaffee. Oh, oh, Vanilletorte, er kommt. Und macht aus dir einen... Ist er grad mit Vanille beschäftigt? Nee, aber ich hab' ihn gehört, glaub' ich. Ist das Outfit von der so geil. Baufrei, Hotpen, also, ne? Hintern hängt raus. Ja, ja. Alles. Volles Programm. Er ist bei Vanilletorte und sie schießt ihn ab. Na, jetzt ist er wieder vor mir. Das gibt's doch. ein alter tat hat 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 er teleportiert sich da und ja und immer um mich rum ich renne die ganze zeit nur noch vorne und zurück das gibt es doch nicht doch nein das ist echt nicht okay also darf es jetzt nicht so gut getan wenn es wurde jetzt haben wir noch mich vanille und das den russen krass von die lampe wir sind noch zu dritt das gewonnen weil dann russ bei ist deswegen habe ich gewonnen er hat vielleicht gewonnen aber die überlebene haben gewonnen also nicht nur ich wir alle haben gewonnen ich habe beim spiel eine mechanik gefunden wie ich jason wenn er auf mich zukommt weg schicken kann ich nicht in das klo häuschen gehen ja gemein ab sein ist es leuchtet das dann auch rot wenn ich im klo häuschen bin ja ich denke schon weiß ich nicht gute frage eigentlich vielleicht ist es noch ein bug probier es mal aus wenn ich der kinder so einen roten erdbeertorte ja glaube ich auch erdbeertorte das hört sich an wie so ein irgendwie so ein werbelsong fletcher lp rejoined echt ne left will auch was rejoined aber eigentlich kann man rejoined das haben sie reingefixt glaube ich jetzt ist er noch wieder vor mir ha ha hu ha 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 uh 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 ich bin in den wehnen ich dachte du machst tatsan na ich tatsan ich bin in den wehnen und lencke mich ab äh mit dem spiel hier das raus weißt du das ist gar kein problem gar kein problem ich muss erst mal gewinnen ich nenne ihn dann jason ich gehe zum auto okay danke mein kind heißt dann jason nennen oder oder nach vanille torte nennen es doch einfach fletcher mann ich sag's euch in zehn jahren heißen alle kinder hier marcus 83 lp lauf vanille torte geh ins auto warum wo ist er denn ja weil er gerade mit jemand anderem beschäftigt ist ja das geht noch nicht hier muss noch benzin rein der ist ja schon wieder da der arsch ich habe schon gesehen jetzt ist schon mein browser abkackt ich höre nicht dass du krank bist klingt so wie immer ich weiß jetzt nicht ob das ein kompliment ist oder aber man selber hört das ja immer viel mehr nur ich will nicht raus es riecht nach käse ja auch käse dieser stinke käse da ist jemand dead by gay light geht das nennen der gay light ein bisschen ein bisschen lebt mann er noch wieso springt sie zu mir und der killer ist hinter uns her das war nicht gut ich dachte sie nimmt sie nur in die hand und nicht vorher zu los wann ist heute magst du dich oder eher nicht so ich muss mich kurz ausruhen ich bin in der hütte von jason die sind heißen denn bei vanille torte in der ja ich bin doch da auch drin ist ja genau ich ja warum weil ich zurückgekehrt bin leute ich habe den pulli der mutter geklaut kannst du mir jetzt sagen wo die ist man wieso sagst du es mir nicht ich fragt die ganze zeit wo der ist ich hab den gar nicht gesehen wo kann der denn auf einmal her der hat sich durch teleportiert durch die wände das kann ja und ich habe ich habe deswegen habe ich mich das so geärgert dass die genau zu mir ins haus gesprungen ist weil ich mich da versteckt ja aber ich dachte er ist noch draußen ist ja klar aber dass er das macht weil ich habe ihn nicht gesehen dass du ein typ auf einmal spielst habe ich doch vorhin erzählt dass ich zurückgekehrt bin jetzt verstehe ich das mit diesem typ ist ja ist gleich vorbei ich bin tommy jarvis es dauert noch ein bisschen was für eine chaotische folge wenn tommy jarvis er kommt er schaut in die kamera der reißt ja einfach das bein ab ok mein gott er bereits die beine richtig der todes spagat von einem da so jetzt schaue ich mal kurz wieso man euch nicht so nebenbei ich bin in den sehen und lenkt ich habe mich ab mit dem spiel hier als man das sagt so fühlt sich das jedes mal wenn ich sport mache kreis ok ich reiße mein bein aus dafür und bringen wir haben nicht wirklich gewonnen das war's und ich glaube das war es auch für die runde wir lösen jetzt alle unsere technischen schwierigkeiten und dann sehen wir uns zur nächsten folge wieder würde ich sagen vielen dank fürs dabei sein bis dann